Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 850 Euro pro Monat. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach ein bisschen auf 3.5 Euro pro Monat. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach.